Gutenbergslied bei der Feier der Erfindung der Buchdruckerkunst zu Konstanz 1840 Kennt ihr, kennt ihr das freie Wort, das mit der Sonne kreist, das mit den Wogen donnert fort, das mit dem Sturme reist, das Reich wie Tau vom Himmel tropft, an Hütten und Paläste klopft? Kennt ihr den freien Geist? Kennt ihr, kennt ihr das Zauberschwert, dem jede Lüge fällt? Kennt ihr den Meister lieb und wert? Kennt ihr der Heldenheld? Von Gutenberg singt mir ein Lied, ein Lied vom guten Waffenschmied, ein Lied vom Mann der Welt. Die Wahrheit klingt von Ohr zu Ohr, sie klingt von Mund zu Mund, sie hat wie Sterne ihren Chor und tut sich allwärts kund, das Wort rauscht wie das freie Meer frei um die weite Erde her und schließt den Völkerbund. Und der es so aus stummer Nacht erlöst, der das getan, der tausendfältig es gemacht, dem stimmt ein Loblied an, heil ihm, heil ihm und seinem Werk, dem guten Berg, dem besten Berg, heil jedem freien Mann. Gutenberglied Bei der Feier der Erfindung der Buchdruckerkunst zu Konstanz 1840 Die Erfindung des Buchdrucks gilt als das Ereignis, das seit 1500 die Welt umkrempelte, weil seitdem revolutionäre Ideen verbreitet werden konnten. Kennt ihr, kennt ihr das freie Wort? Das freie Wort ist das der freien Meinungsäußerung. Das mit der Sonne kreist, das mit den Wogen donnert fort, das mit dem Sturm reißt, das Reich wie Tau vom Himmel tropft. Das freie Wort verbreitet sich dank der Druckerpresse unaufhaltsam wie Sonnenlicht, Meeresbrandung, Sturm und Regen. An Hütten und Paläste klopft, kennt ihr den freien Geist? An die Hütten und Paläste klopft das freie Wort des freien Geistes, dem das Denken nicht verboten ist, in Form von revolutionären Gedanken, die die überkommenen Verhältnisse von Reich und Arm infrage stellen. An die Hütten klopft es als Verheißung, an die Paläste als Drohung. Kennt ihr, kennt ihr das Zauberschwert, dem jede Lüge fällt? Das freie Wort oder auch der Buchdruck, der seine Verbreitung ermöglicht, ist dieses Zauberschwert, weil mit Verbreitung der Wahrheit die Lügen der Machthaber bekämpft werden. In Zeiten der rigiden Zensur war der Blick noch nicht geschärft auf das Problem, daß auch ein freies Wort gelogen sein kann. Kennt ihr den Meister lieb und wert, kennt ihr der Heldenheld? Von Gutenberg singt mir ein Lied, ein Lied vom guten Waffenschmied, ein Lied vom Mann der Welt. Gutenberg wird als Erfinder dieser Waffe gefeiert, als ein Held. Daß Gutenberg mit seiner Erfindung solche gesellschaftlichen Folgen nicht im Sinn hatte, interessiert Herwig nicht. Die Wahrheit klingt von Ohr zu Ohr, sie klingt von Mund zu Mund, sie hat wie Sterne ihren Chor und tut sich allwärts kund. Ein Bild für die allgemeine Verbreitung der Wahrheit, von einem Chor vorgetragen, der so viele Sänger hat wie der Himmel Sterne. Das Wort rauscht wie das freie Meer, frei um die weite Erde her und schließt den Völkerbund. Die Wahrheit wird zur Naturgewalt, die vor keinen Grenzen Halt macht, darum die Hoffnung, daß sie die politischen Grenzen aufhebt und die Völker verbindet. Und der es so aus stummer Nacht erlöst, der das getan? Das freie Wort, so der Gedanke hier, war im Prinzip schon immer da, es war aber ohne die Verbreitungsmöglichkeiten durch den Buchdruck nicht ans Licht zu bringen. Der tausendfältig es gemacht, also vervielfältigt, dem stimmt ein Loblied an. Heil ihm, heil ihm und seinem Werk, dem guten Berg, dem besten Berg. Ein niedliches Wortspiel mit dem Namen des Erfinders. Heil jedem freien Mann. Entschuldigend darf man vielleicht sagen, daß sich Mann nun einmal auf an reimt, während es kein Reimwort auf Mensch gibt. Herweg hatte wohl wirklich nur befreite Männer im Sinn, aber das freie Wort wird schon kurz danach dazu führen, daß Frauen auch drauf bestehen, ein Wörtchen mitzureden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Vielen Dank.